Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch eine kleine Liebesgeschichte beziehungsweise eine leicht erotisch angehauchte Geschichte vorlesen. Viel Freude damit! Liebesbowle Sunil den Korkte den Schaumwein und ließ ihn langsam in das halb gefüllte Bowleglas fließen. Ey, Suni, was ist denn das Grausiges? Lea trat an den Buffettisch und stellte eine Platte mit belegten Broten ab. Kräuterbowle, antwortete Sunil und lächelte vorsichtig. Sie mochte Lea nicht. Obwohl sie das beliebteste Mädchen der Klasse war, hatte sie eine fiese Ader, die sie regelmäßig an ihr ausließ. Doch sie wollte Lea heute nicht verärgern. Heute war ihr Tag, denn heute würde sich alles ändern. Am Ende des Abends würde die gesamte Klasse sie in einem völlig anderen Licht sehen. Sunil wurde aus ihren Gedanken gerissen. Ihr Lächeln erstarb. Na, das ist doch wieder klar, Kräuter! Kevin lachte höhnisch auf und zwinkerte Lea verschwörerisch zu. Hast dich auch wieder ganz style-sicher rausgeputzt. Witsch-Look, hä? Lea kicherte, während sich Sunil verlegen über ihren langen, dunkelroten Rockstrich. Mach dir nichts draus. Besser ein besonderer Stil als scheiße aussehen. Obwohl manche zielsicher beides schaffen, oder, Sunny Bunny? Frech grinste Lea sie an. Sunil senkte den Kopf und versuchte sich weiter auf das Einschenken zu konzentrieren. Aber Bohle finde ich okay. Solange Alkohol drin ist, trinke ich alles. Glaub ich auch, flüsterte Sunil leise. Doch Lea hatte sich schon wieder von ihr abgewandt. Beschwingt lief sie zu den anderen Mädchen am Eingang des Klassenzimmers, die gackernd die Jungs beobachteten. Sunil seufzte. Wie gern würde sie hinübergehen und einfach mitlachen. Doch sie traute sich nicht. Sie wusste, dass niemand sie akzeptieren würde. Mittlerweile konnte sie die boshaften Bemerkungen über ihren Namen und die Hänseleien wegen ihrer Kleidung nicht mehr ertragen. Sie verspürte jedes Mal diese unheimliche Wut in sich, die sie nur unterdrücken konnte, indem sie ihre Hände zu Fäuste ballte und die Zähne aufeinander biss. Diese Wut, die ihr die Fingernägel in die Handflächen trieb, bis sie bluteten. Sie hatte Angst vor diesem fremden Gefühl, dass sie immer mehr zu vereinnahmen drohte. Also goss sie lieber Bohle in die Gläser und versuchte, sich unsichtbar zu machen. So lange, bis ich das Blatt ein für allemal für sie wenden würde. Sicher würde das nicht mehr lange dauern. Sunil schaute zur Tür. Wo blieb Tommy nur? Sie hatte ihn heute noch nicht gesehen. Er würde doch hoffentlich kommen. Ihr Herz begann bei dem Gedanken an ihn zu flattern. Tommy war der hübscheste und netteste Junge, den sie kannte. Alle Mädchen sahen ihm nach, wenn er vorbeiging. Sie beobachteten ihn, wenn er seine blonden Locken verwegen aus der Stirn strich. Und sie ihm dann doch immer wieder neckisch ins Gesicht rutschten. Sunil hätte sich nie erlaubt, Hoffnung zu hegen, dass er sie mochte. Wenn Tommy damals nicht den ersten Schritt gemacht hätte. Es war einer dieser scheußlichen Tage gewesen, an denen ihre Mitschüler wieder jemanden suchten, den sie terrorisieren konnten. Und wer war da die erste Wahl? Natürlich sie. An diesem Tag hatte Lea sie mal wieder wegen ihrer grausen Haare gehänselt. Sunil hat heute Putzdienst. Sie trägt ihren Wischmorb schon auf dem Kopf. Alle lachten und Sunil beugte sich tiefer über ihr Ethikbuch, in dem sie gerade las. Vielleicht können wir ihr ja helfen, durchbrach Bene, der Klassenclown, die Heiterkeit. Gegen Wischmobs auf dem Kopf gibt es ein Heilmittel. Das Geohle wurde noch lauter und Sunil versuchte ihren Kopf zwischen die Schultern zu ziehen. Doch als sie das metallische Geräusch einer Schere hörte, war es zu spät. Eine lange Strähne fiel auf die Seiten ihres Buches. Voller Panik hob sie schützend die Hände. Doch eine weitere Strähne landete auf dem Tisch. Weiter, weiter, grölte die Klasse. Und Bene langte mit der ganzen Hand in ihre Haare. Bene, du Arsch, hör auf! Erklang plötzlich Tommys Stimme. Wieso? Ich verschönere sie doch nur. Ich finde, dass sie das nicht nötig hat, sagte Tommy. Vor allem nicht von dir. Sunil sah vorsichtig auf und blickte dabei geradewegs in Tommys strahlend blaue Augen, die besorgt auf sie herabsahen. Bis in ihr Herz traf sie dieser Blick und sie spürte, wie ihre Beine anfingen zu zittern. Schnell sprang sie auf und lief hinaus. Als sie in der Mädchentoilette vor dem Spiegel stand, zitterte sie noch immer. Tommy. Er hatte sie schön gefunden, so wie sie war. Mit diesem einen Satz hat er eine Idee Gestalt angenommen. Alles würde sich ändern, wenn Tommy an ihrer Seite wäre. Niemand würde sie mehr verspotten. Sie würde für Tommy eine gute Freundin sein. Er würde keine Augen mehr für andere Mädchen haben. Und er würde glücklich sein. Dafür würde sie sorgen. Gestern Nacht hatte sie alles vorbereitet. Sie hatte sich eine Ausrede einfallen lassen müssen, als ihre Mutter sie dabei erwischte, wie sie nach Mitternacht noch in den Garten ging. Wo willst du denn hin? Ich muss nur kurz in den Garten. Ein paar Kräuter schneiden, antwortete so Nielt. Kräuter schneiden? Ihre Mutter sah sie misstrauisch an. Für die Bohle, die ich morgen zur Oberstufenparty mitnehmen will. Und das musst du nachts um zwölf machen? Ich hatte es vergessen, Mama. Ich bin gleich wieder da. Schnell schlüpfte sie zur Terrassentür heraus und hoffte, dass ihre Mutter ihr nicht folgte. Hinter dem Apfelbaum hielt sie inne. Schaute über die Schulter, ob sie auch wirklich allein im Garten war. Niemand war zu sehen. Tief sog sie die nach warmer Erde riechende Nachtluft ein. Breitete ihre Arme aus und richtete ihre Augen auf die helle Mondsichel am Himmel. Mit leiser Stimme begann sie, unverständliche Worte zu murmeln. Nur ein undeutlicher, monotoner Sing-Sang war zu vernehmen, der, je länger er anhielt, eine immer eindeutigere Melodie annahm. Langsam schrie Zunhild, während sie weiter sang, durch den Garten. Ihre Bewegungen waren anmutig, völlig anders als sonst. Selbst wenn, hätte es eh niemand unter den langen Rücken gemerkt, die sie immer trug. Beim Kräuterbeet hielt sie inne. Die kleine silberne Schere glänzte im Mondlicht, während sie Stängel von Bohnenkraut, Petersilie und Liebstöckel abschnitt. Mittlerweile sang sie immer lauter und man konnte die eintönigen Worte verstehen. Mit einem Bündel Kräuter in der Hand ging sie zum verwilderten Teil des Gartens. Hier befand sich der Kompost. Brennnesseln und anderes Unkraut wuchsen hier ungehindert. Dicht am Zaun stand eine unscheinbare Pflanze, auf die Zunhil zielstrebig zulief. Sie wusste, dass sie mit diesem Kraut vorsichtig sein musste. Es konnte tödlich sein. Und umbringen wollte sie niemanden. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Nachdem Tommi seine Gefühle für sie vor der ganzen Klasse offenbart hatte. Während sie einige geeignete Stängel auswählte, sang sie mit klarer, hoher Stimme. Im Namen der großen Mutter wirst du mich lieben, Tommi. Du wirst mich lieben im Namen der großen Mutter. Dann streifte sie ihre Kleider ab. Ihr Leib schimmerte weiß im kalten Mondlicht, während sie mit den Kräutern über ihre Haut strich. Erst das Gesicht, dann über Schultern, Arme, Brust, über ihren Bauch, die Beine entlang. Als das Bündel zwischen ihre Schenkel glitt, stöhnte sie unwillkürlich auf. Ein Zittern lief durch ihren Körper und sie sank lautlos zu Boden. Würde es so sein, wenn Tommi sie mit seinen Händen berührte? Sicher würde er ihren Körper genauso zum Beben bringen können. Tief atmete sie ein und setzte ihr Gebet murmelnd fort. Langsam kleidete sie sich wieder an und kehrte ins Haus zurück. In der Küche setzte sie, ohne dass sie ihren Gesang unterbrach, die Bohle an. Das Glas ließ sie abgedeckt auf den von silbernem Licht beschienen Küchentisch zurück. Die Kraft des Mondes würde jetzt ihre Arbeit vollenden. Zunhild erstarrte, als Tommi endlich den Raum betrat. Selbstsicher und wunderschön lief er durch das Zimmer und strich sich eine blonde Locke aus der Stirn. Die Mädchen an der Tür kicherten wie dumme Hühner und folgten ihm zum Buffet. Hi, Tommi, flüsterte Zunhild und trat einige Schritte zurück. Doch Tommi würdigte sie keines Blicks. Das würde sich ändern, sobald der Liebestrank wirkte. Zunhild hoffte ihr nicht, dass es noch heute Abend geschehen würde. Aber sie wusste, dass man solche Dinge nicht erzwingen konnte. Sie musste Geduld haben. Musik strömte aus den Lautsprechern und die ersten Paare tanzten eng umschlungen auf der kleinen Tanzfläche. Auch Tommi tanzte mit Lea. Zunhild schaute traurig auf das fast leere Buhle-Glas. Er hatte davon getrunken, mehr als nur ein Glas. Aber es hatte sich an seinem Verhalten nichts verändert. Gerade in diesem Augenblick knutschte er mit dieser unmöglichen Leerung. Vielleicht sollte ich das tödliche Kraut das nächste Mal für diese Minirock-tragende Schlampe überdosieren. Dann bin ich wenigstens ein Problemlos, schoss es ihr durch den Kopf. Magst du tanzen? Sunil zuckte bei diesen Worten zusammen und drehte sich erschrocken um. Herr Schröder, der Astro-Lehrer der Schule, stand hinter ihr und stellte gerade sein leeres Buhle-Glas ab. Tanzen? antwortete sie verwirrt. Ich dachte nur, begann Herr Schröder, alle tanzen. Er wies auf die volle Tanzfläche. Da könnten wir doch auch. Sunil trat schüchtern von einem Fuß auf den anderen und sah zu Boden. Komm, so ein hübsches Mädchen wie du sollte nicht alleine am Rand stehen. Er fasste ihre Hand und zog sie ohne große Mühe an sich heran. Behutsam legte er eine Hand auf ihre Taille und begann, sie im Takt der Musik zu führen. Er war ein halben Kopf größer als sie und als sie ihren Blick hob, sah sie, dass seine Augen auf ihr ruhten. Schnell senkte sie ihren Kopf. Du wirst es nicht glauben, flüsterte er. Aber ich freue mich unglaublich, dich endlich näher kennenzulernen. Du bist mir schon immer aufgefallen, Sunil. Du bist so anders als die anderen, schon wie du dich kleidest. Einfach außergewöhnlich. Leider hast du dich nicht für meinen Leistungskurs eingeschrieben. Mit einer eleganten Bewegung seines Armes drehte er sie einmal im Kreis und zog sie dann wieder dicht an sich heran. Sunil taumelte gegen seine Brust, ihr war schwindelig. Sicher umfing er sie mit seinen Armen und hielt sie aufrecht. Mein Name ist übrigens Thomas. Ein flaues Gefühl breitete sich in Sunils Magen aus. Dann beugte sich Herr Schröder noch näher zu ihr herunter. Seine Lippen berührten fast ihr Ohr. Verschwörerisch, flüsterte er. Aber du darfst Tommy zu mir sagen.